Herzlich willkommen im Gesundheitskanal Ihrer Apotheke. Sie haben ein Schüsselsalz mit der Bezeichnung 1 und dem Inhaltsstoff Calcium Fluoratum in Ihrer Hand. Wir informieren Sie jetzt, wozu es eingenommen wird. Allgemein wird das Calcium Fluoratum als das Salz für Bindegewebe, Gelenke und Haut bezeichnet. Mit Bindegewebe ist gemeint, dass rote, poröse und auch schlaffe Haut wieder Ihre Vitalität zurückbekommt. Auch verbessert das Einzelsalz Störungen bei Haaren und Nägeln und sogar eingerissener Haut an den Fingerkuppen. Nützlich ist es zudem für Menschen mit Rückenproblemen oder steifen Gelenken. Sie wollen mehr zur Therapie nach Dr. Schüßler wissen? Kommen Sie doch einfach zu uns in der Apotheke. In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne. Außerdem halten wir eine Auswahl an Büchern zur Selbstmedikation für Sie bereit. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, besuchen Sie unseren Videokanal. Dort erhalten Sie kurz und kompakt weitere Informationen.